Jetzt hör mal auf. Ich gehe nicht über 10. Also höre ich... 10? Matt, stopp das! Nein. Wir wollen 10. Danke, Madame. Hm, ok, kann man nicht auswählen. 10 ist eure Bedeutung, Madame. Das ist gegen dich jetzt, Sir. Also höre ich... 10,5? Du bist so gut. 10,5. 10,5 habe ich. Danke. Danke. Jetzt höre ich 11. 11 habe ich... Alter. Hör mal auf. 11 ist eure Bedeutung, Madame. Ja. Ich habe ein Gefühl. Ok. Wir haben 11,5. Deriviertel nach 0. Also die Chance ist, um einen anderen Bedeutung zu kommen. 11,5. Was ist das, 19,5%? Vertraue mir. 11,5? 11,5 habe ich. Vielen Dank, Sir. 11,5 ist eure Bedeutung. Es ist gegen dich, Sir. 11,5. 11,5 mit dir, Sir. Ja. Verwärts. Ich schaue. 11,5 einmal. 11,5 einmal. 12,5 einmal. Verwärts mich an das. Verwärts mich an das. Und jetzt geht's aufs Hotelzimmer. Wieso denn in den Keller? Was? Wieso denn? Ja. Muss ja wohl. Befolge den Plan. Wir gucken mal, was passiert. Ich werde mal weg, was passiert. Was? Und zwar, was? Ah, Lob! Oh, Boss. Das ist hier wirklich nur ein Handlanger. Ja, ich komme mit. Immer mit der Maus bereit hier. Bereit? Ja, bereit. Ja. Los! Anzeige die Regierungen, oder lasst das ausgehen. Ich könnte nicht noch eine Chance bekommen. Wir machen nochmal mit, ich will das wissen. Okay, Mann, los! Stopp hier, Herr. Das ist eine restriktierte Umgebung. Was denkst du hier? Ich habe mich verloren, um aus dem Liff zu kommen. Nein, das Fliege nur. Oh, ich wollte das Toilette suchen. Nein, du hättest nicht hier hergekommen, wenn du es gemeint hast. Wieso wollte der unbedingt den Wagen mitnehmen? Ist der blöd. Der bringt den doch um. Dann hat er schon zwei umgebracht, oder was? Ja. So viel zu, ich will kein Mörder sein. So, da war das Ding drauf. Hab ich gar nicht gesehen. Simon, wir sind auf der Tür. Okay, du musst beide Codes enthalten. Hast du es? Okay, das Zeitpunkt hier ist wichtig. Das leftische Kabel ist 309220. Okay, ich brauche den rechten Coden und bin gut. Auf dem rechten Kabel enthalten. Okay. 085209. Okay. Got it. Now both hit enter at the same time. Okay. 3... 2... 1... Got it, wir in. Thanks, mate. Take him with you. Simon, ich komme zu den Fronten zu gehen. Und die fährt ja zwar umso auffällig, damit es auch jeder mitbekommt. Ich habe nicht erwartet, dass es so schnell geht. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du auf der Arbeit leben würdest. Oh, danke, ich glaube. Und das ist das Problem, dass wir uns nicht mehr tun haben. Aber wir sind dabei. Mit Täter. Äh, was? Äh, was? Ähm... Shit. Hm. Wissen Sie, was mich über dich irritiert? Was denn? Dein Scheissbuch, nicht unmöglich zu lesen. Jetzt könnte ich Menschen lücken, aber du? Nichts. Man fällt zurück. Siehst du was ich meine? Well, we have it! Like fuck for that! Just get out of it! Ein normaler Diebstahl mehr, ne? Nothing here, nothing there! Ladies and gentlemen, we are back in society! Let me see it! I want to see the ball. Just wait. This thing stays in the bag until we get to Wu's place and he turns it into money. Too fucking right. You gotta take a left, some shortridge high street. Hong Kong City restaurant. It sells closely. What are we gonna do about this comedian? Give him to me. I'll pop him. Hey, that's not what we agreed. Not here, just keep him quiet until we get rid of this ball. There should be some Gaffer-Tape in the back somewhere. Look out! Oh-oh! Oh-oh! Ich glaube, wenn ich jetzt nichts gesagt hätte, wäre der Unfall nicht passiert. Da hätte er sich nicht umgedreht. Oder? Sieht danach aus. Ist die Schüssel jetzt im Eimer, ja? Nein. Mei-Ling. Mei-Ling, können Sie mich hören? Öffne die Augen. Okay, hier ist der Petrol, wir müssen rauskommen. Okay? Fuck. Ach, die Krawatte hat er nicht mehr an. Sonst erstmal die Krawatte geradrücken. Und immer. Oh, das ist so schlimm. Ihre Reichhills hat sie nicht mehr an. Komm, wir gehen. Was ist denn da? Paul, sie sind tot! Sie sind alle tot! Komm schon! Wir müssen weg von mir! Woher gehen wir? Wir nehmen diesen Schlüssel zu der Polizei. Was? Du hörst mich! Oh, du hörst mich nicht! Schau, ich bin kein Kriminein, okay? Du denkst, die Polizei wird weg? Du bist in der Auction House. Du bist ein Kriminein. Nein, nein, ich bin ein Sicherheitsgericht, und ich bringe den Ball zurück. Du bist ein Accessory. Plain und einfach. Okay. Das sind schon die Bullen, und die stehen hinter dem Pfeiler? Oh, come on! Was war denn das jetzt? Die sind die Einzigen auf der Gas! Oh, da vorne ist noch was. Und der gibt uns jetzt, äh... Warum sollte der uns jetzt eigentlich helfen? Ich meine, der hat das Ding ja gesteigert? Ach, ne. Lass mal gucken, was passiert. Das ist wohl das Restaurant da, hm? Ne. Doch nicht. Das ist es. Okay, edel sieht das nicht so aus. Ja? Ja? Ja. Nein, nein. Me, 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 me. We want to see the manager? You want to see the manager? I want to see the manager. You're not even eaten? No. You're the health inspector? No. Look, is Mr. Wu here? Mr. Wu? Mr. Wu, yeah. I've never heard of Mr. Wu. Well, how about the Queen, mate? You heard of her? Memory clearing. Du hörst mir an, erzähl Mr. Wu, dass Mei-Ling und Jeffrey hier sehen sind, um ihn zu sehen. Du sagst ihm jetzt, oder du kannst die Konsequenzen bezahlen. Okay, du? Hier? Hast du einen Fortun-Cookie? Ja komm, erst mal einen Glückskeks. Das ist Wünschbruch drauf. Fortun kommt nicht zweimal. Missfortun kommt nicht allein. Ich weiß nicht, ob du siehst, du hast einen auf der Grunde genommen. Was sagst du dir? Ich nehme mal einen. Nicht zu ihm. Hm, toll. Okay, ab geht's. Was ist hinten in der Küche? Was ist hinten in der Küche? Können Sie sagen, dass es sehr viel zu tun ist? Herr Tamm, kommen Sie! Was ist dein Geschäft? Was ist das? Haha, wieder einfach das Ding in der Tasche hat. Ich bin der Küche. Ich bin der Küche. Ich bin der Küche. Und bin ich. Und ich bin der Küche. Aber das ist nicht der Küche. Herr Tamm, ist das für die Küche? Oh, fuck. Managing to steal that ball. It's quite impressive. But choosing to steal it in the first place is nothing short of insanity. We stole this for you. I gave no such order. Not to you or anyone else. What? To steal that ball is not only madness. It is also suicide. To the Troy family, possession of that ball is a question of honor. They have fought wars for it. Its price is beyond measure. And I know how much they paid for it tonight. Yeah, and I do not intend to add my life to the bill. Now get out! Hmm, I think that's right. What should we do with it? What should we do with it? If the choice catch you with it, you are dead. If you destroy it, you are dead. If you bring it back here, you are dead. Doesn't really answer my question now, does it? Okay, now we have a problem. What do we do with it? Let's go. Do you want to know what my fortune cookie said? Sure. A young man may trust his ears, but a wise man trust his heart. Do you know about the choice? How dangerous they are. They are already dead. You fucking did, didn't you? You knew everything we were just told us, and yet you still bid against them and stole their damn bowl. This doesn't really help us, does it? It was the choice that ran us off the road. We need a plan. What do you suggest? Hiding until we come up with one. I know a place. No. No, we go to the police, Mei Ling. Like we should have done in the first place. That's a terrible plan. Well, it's better than hiding away from the inevitable. Look, we need to get rid of this bowl before the choice get rid of us. If we take it to the police, they will arrest us. Not for definite knower. I'll make it even 50%. You do it, but with a million, my captain. Is it not more feierlich? You just need the numbers to make you feel better. My numbers are based on the information that we have, yeah? And rational mathematical algorithms. Well, my gut feelings are based on experience and my entire subconscious. Do you know how many percent of your brain's activity are conscious? Probably less than one. Now, that's a percentage. So trust me when I tell you that going to the police is a bad idea. Oh, God. Let's see what he had planned. No. No, I'm going to the police, Mei Ling. Are you coming with me? You want to take the damn things to the police on your own? I just said, follow her or not? All right, all right, hold on. I want to know what happens when I say to the police every time I say to the police. We can play again. Ehm, one level room please. Doppelzimmer? Mr. & Mrs. Smith